hallo ich bin herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf meinem der challenge die auf meinem kanal heute haben wir die paluten challenge am start ich weiß nicht hast du die gerade offen ja sicher mann ok dann stellt euch jetzt per die mal vor was da so drin vorkommen was wir machen müssen also erstmal dürfen wir nicht igel oder ones decken also praktisch müssen wir bauen mit dauern sneak da müsste mit dem fov 85 spielen was natürlich auch ziemlich schwer ist und wir werden getargetet dann müssen wir mit ein paar looten skins spielen ja was die challenge auch aussagt glaube ich mal und das witzige ist wenn jemand uns krass jetzt gibt dann müssen wir behaupten dass er nicht hackt sondern einfach nur gut eingespielt ist da hat ach genau dann müssen wir mit dem speck texture pack spielen was natürlich so von ich denke mal so von jedem so das anfänger pack war weil man es von den großen youtuber kannte doch das pack ist wenn man jetzt mal so nachdenkt ziemlich schlecht für pvp ja also wir haben gerade auch schon für paddy seinen kanal aufgenommen also checkt auch mal da die runde aus war mehr als nur lustig ich mache gerade ein paar looten mode wenn der paar looten mode angeht sind schon zwei betten weg das könnte ein farmland wasch werden mann ich bin schon wieder tot sag mir bitte nicht dass da jemand gleich unser bett holt pass auf da kommt ein grüner da kommt ein grüner ja unser mate der weiß wie man farmland spielt ja der weiß wie man es war wie man farmland spielt er hat bestimmt angst vor den ganzen paluten scans hier irgendwas zu reißen okay der grüne leckt schon wieder das todes okay da kommt noch einer die haben bogen irgend jemanden bogen ja die roten die roten die haben aber schon kein bett mehr beziehungsweise der hat kein bett ja aber läuft ganz gut ist so aids ne mit dem rüber bauen und dem pack und alles und wir dürfen vor allem auch keine block amages machen das ist das weißt du wenn dann ganz vergessen ja ja wenn man dann zu einem bogen hingehen will darf man ja keine block amages machen wenn er ihn abschießt das heißt wir müssen einfach sterben wir müssen es einfach hinnehmen dass wir scheiße spielen müssen der rot was laber ich der rot hatte irgendwie ein bisschen du weißt ja jetzt dauernd aber der hat gar keine aufbekommen der war einfach nur gut eingespielt ja ja eben also ich weiß gar nicht was du hast pass auf pass auf spiel dich nicht selber du paluten oh seit wann geben paluten so gute hits da war ein loch da bin ich reingelaufen nett dein ernst weißt du das sind ungefähr zehn blöcke und ein einziges loch und genau da laufe ich rein nein wieso leckt dieser scheiß kisten skin so ich hätte das bett gehabt das liegt am paluten skin das liegt am palikamage du müsst jetzt auch so die spielweise wie paluten erstmal golds helfen erstmal eisenschwer und dann machen wir gleich mit der challenge dazu oder was willst du mir damit sagen aber ohne spaß paluten ist eigentlich also er ist nicht der schlechteste youtuber was pvp angeht das manchmal gibt echt krass hits in seiner aufnahme ich finde dafür dass er mit so einem scheiß pack und mit solchen scheiß settings spielt props an ihn wie auch immer er es macht er ist anscheinend echt gut was nein ich wurde kettet ich bin denkt ja ab ich bin auf der anderen seite vom ding ich war den block mit der holzpick ab komm schon macht ihr paluten mode an nein die kann man ja gar nicht abholen mit der holzpick doch du brain alter er ist halt wirklich ein falle man ich sehe da immer noch und die raffen sich die raffen sich wenn der das jetzt merkt hat der x-ray wenn das jetzt merkt hat der x-ray oder er ist einfach nur gut eingespielt ja nein der block war zu 95% weg gefühlt ja aber mit der hand kann man die doch auch nicht abbauen oder ja doch glaube ich schon ich weiß es nicht leute schreibt genauso wie neue challenges in die kommentare ob man eisenblöcke mit der hand mittlerweile abbauen kann da gab es so viel veränderung ich blick da nicht mehr durch bei robin er hat die abgebaut ja dann ist ja ist er verschwunden ist er war im bett ist er wieder wieder hingebackt ja ich hab jetzt den steinpicker ja ich hab jetzt auch eine steinpicker und full equipped wie es sich für ein palu gehört eigentlich müssen wir bei den challenge auch noch so einkaufen wie paluten ja ja das haben wir nicht gemacht also es stand zwar nicht drin aber das wäre doch mal ein geiler zusatz ja ok warte mache ich jetzt in den letzten minuten und sekunden der tue ist ja noch wer weiß wobei ich mein palik kann glaube ich mittlerweile hotkin kann er das weiß ich nicht also zumindest relativ langsam ich meine ich hab ihn seit jahren nicht geguckt alter ja aber sonst kann das ja gar nicht so schlimme dazu sagen wir hätten das auf die warte einmal kurz ich nehme gerade auf ich komme oder bin sofort da sich das richtig es gibt eine paluten web oder auf komme ja gab's ich nehme ich nehme gerade ich nehme gerade auf ich komme oder drüber nene gott oh gott die grüne machst du die erken da kam meine mutter absintheit als ob sie saß nene ich hab's gehört gemerkt ich hab ich habe hier nur noch Holzpicker dabei und man ja ich auch ohne witz nein das hat jetzt gerade mega abgelenkt meine mam kam nach hause ist natürlich nicht so geil ja pssst alles gut oh gott unser ma- ich bin mit mädchen der hat hier eingebaut der hat die falsch eingebaut richtiger paluten wir machen die paluten challenge und ärgern uns darüber dass die gegner paluten sind er kriegt kein knockback er ist richtig gut eingespielt man nein als ob wir so einen gut eingespielten spieler in der runde haben man die facken mich so ab alter ich baue die gleich mit eisenblöcken eine mit enderkisten ey man müsste das mal in dem fun zu weh machen mit dem specks ehrlich spielen das würde mich jetzt echt mal interessieren ob man das da wenigstens gut kann nee ich glaube nicht ich glaube auch ich bin ich bin beim bett wir haben sich frei gebaut ja ich denke mal ab ja junge alter kommen ich mache jetzt hier den trick of life und wie ich den gebe wie ich den kombo mit der mit dem ding oh man komm schon holst dir die kommen die zu dir pass auf nein junge hast du die eisenlöcke schon abgebaut ja ein jahr aber ich komme gerade nicht weiter wegen den scheiß chest oh no die schwitzt ja richtig rein oh mein gott oh the party skin has racked the team gemacht oh shit gg hashtag pale army so geht's ok leute wenn euch diese challenge gefallen hat dann droppt doch bitte ein like schaut beim paddy vorbei da haben wir auch noch eine freshe runde aufgenommen lass doch bei ihm einen sub da und link zu ihm ist natürlich unten in der beschreibung und ja hast du noch was zu sagen ja bei mit b tschö mit ö